In einem Kölner Schwimmbad wird heute die Hilfe von Sozialpädagogin Mandy Jones gebraucht, die ehrenamtlich einen Schwimmkurs leitet. Sie wird dabei von einem verzweifelten Badegast angesprochen, dessen kleine Tochter sich in der Umkleide verschanzt hat. Mia? Mia? Ist Ihnen irgendwas vorgefallen? Nein, Mia hat sich darauf gefreut. Sie will unbedingt dieses Silber in den Jugendschwimmabzeichen machen. Bronze haben wir ja schon und sie ist die beste im Kurs. Aber war heute irgendwas anders als sonst? Oder gab es irgendeinen Streit? Was ist Streit? Naja, die Pommes, die sie so gerne liebt nach dem Schwimmkurs, die kriegt sie heute nicht, weil die Mama hat gekocht. Aber gut, da war sie ein bisschen beleidigt. Danach sind wir wieder hierhin. Meine Tochter Mia hat sich in der Umkleidekabine eingesperrt und wollte nicht mehr rauskommen. Und sie hat auch gar nicht mehr reagiert. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll und war völlig überfordert. 20 Minuten lang schließt sie sich da ein. Und ja, ich stehe vor der Tür und passiert nichts. Aber macht sie das öfter, dass sie dann so blockiert direkt? Also, was denn des Wortes und gar nicht antwortet? Nee, das ist nicht ihre Art. Mia? Mia? Hallo? Ja, ist ja schon merkwürdig. Entschuldigung. Hallo? Pamela? Ja, äh, Pamela? Ja, nein, nein. Ja, mach ich später. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit, Schatz. Mia hat sich in der Umkleide im Schwimmbad eingeschlossen. Ich kann jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt hier gerade eine nette Dame hier, die versucht mir zu helfen. Ja, Pamela? Meine Frau, Entschuldigung. Mia? Mia? Hallo? Mia war halt überhaupt nicht zu einem Gespräch bereit. Wir wussten gar nicht, was los war. Sie hat weder geantwortet noch irgendwelche Regungen da drin von sich gegeben. Und, äh, der Vater war sehr besorgt und ich war auch ein bisschen ratlos. Mia? Machen uns ein bisschen Sorgen. Magst du vielleicht mal irgendwie antworten? Weil es in Ordnung ist? Mia! Mia, grüß dich. Doro Kuh? Hallo, Herr Winter. Ist Mia hier irgendwo? Hallo, ihr zwei. Mia hat sich da eingeschlossen. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Kommt dann raus. Mia, komm mal raus. Hast du dir Angst zu ertrinken? Oder schreibst du dich einfach nur wegen deiner Figur? Aber du weißt schon, Fett schwimmt immer oben. Jetzt mach doch mal auf. Hey. Hey. Muss ja auch nicht sein, ne? Ist das eine Schwimmkollegin von euch? Ja, wir wollten sie eigentlich zum Schwimmen abholen. Und dann auf so eine Art und Weise. Ist ja jetzt nicht gerade nett. Also, da war ich ein Stück weit überrascht. Ich kenne die Mädels. Und, ähm, dass die da plötzlich so, so Sprüche, die im Mobbing ausgeartet sind, von wegen Fett schwimmt oben, äh, muss ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen verdauen und mir durch den Kopf gehen lassen. Weil es könnte ja sein, dass meine Tochter irgendwas hat, äh, was sie selig belastet, wovon sie uns gar nichts erzählt, wovon ich gar nichts weiß. Aber eins ist klar, das sollte ich rauskriegen, dass das, was damit zu tun hat, können sich alle warm anziehen. Ich meine, Mobbing ist natürlich ein sensibles Thema, ne? Gibt ja kein Kind gerne offen zu, wenn er in der Schule irgendwie gemobbt wird. Könnte natürlich ein Grund sein. Meinen Sie? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt völlig überfordert. Na, ich würde sonst einfach mal sagen, ich gucke einmal, also ich meine, weil gar keine Reaktion mache ich mir jetzt persönlich ein bisschen Sorgen. Ich gucke einmal hier rüber. Nicht, dass sie da irgendwie nicht antworten kann, aus welchen Gründen auch immer. Ich gucke einmal da rüber, ja? Einen Moment. Mia? Hey, Mia, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Guck mal, machst du vielleicht auf, wenn ich dir verspreche, dass du heute gar nicht mehr schwimmen musst? Hm? Komm, warte, ich komme nochmal zur Tür. Als die Mutter der neunjährigen Schülerin eintrifft, vermutet diese, dass vielleicht ihr ehrgeiziger und sportbegeisterter Mann die gemeinsame Tochter mit der Teilnahme am Schwimmkurs zu sehr unter Druck gesetzt haben könnte. Mia? Machst du auf? Mia, Mama ist hier. Mia? Schatzi? Was machst du da drin? Komm raus, bitte. Mia? Wie lange ist die drin? Halbe Stunde. Von wegen unter Druck gesetzt, so ein Quatsch, Schatz. Sie will doch schwimmen. Sie will dieses Abzeichen. Ich schleppe sie doch nicht hier hin. Mia? Schatzi? Ja, ich hatte schon den Verdacht, irgendwie wegen Mobbing oder so, die Mädels waren, ne? Die zwei Liedes haben eben irgendwas gesagt, von wegen Fett schwimmt oben und so, habe ich noch nie gehört. Welche, die Klassenkameradin von mir? Dass sie sich deswegen vielleicht schämt, sich wohlfühlt. Mia? Ich dachte, sie hat uns was verheimlicht von wegen Mobbing. Was soll die uns denn verheimlicht? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Mia, komm, du musst heute auch nicht mehr schwimmen gehen. Hast du die Ehrenbeinwahl? Du kannst jetzt aufmachen, deine Eltern sind hier und der Schwimmunterricht darf für dich heute ausfallen, okay? Hm? Ah, komm mal her. Mia, Schatz. Sag mal. Alles in Ordnung? Ja. Sollen wir beide einmal reden? Mose, nicht. Ja? Ich würde mal sagen, hm? Was ist? Ach, ach. Mose, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Das ist Mose. Das ist Mose. Mose. Ich würde vorschlagen, also das ist ja, wenn es wirklich ein ungewöhnliches Verhalten ist, vielleicht warten Sie vorne. Sie können sich ja wieder anziehen gehen. Und ich bringe Ihnen die Mia gleich nach vorne, okay? Das war einmal gucken, woran es liegt. Mia hat auch auf Ansprache der Mutter nicht reagiert. Von daher war für mich schon klar, dass es irgendwas so unangenehmes ist, was sie scheinbar mit beiden Elternteilen nicht besprechen wollte. Obwohl die alle ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Und daraufhin habe ich dann die Eltern gebeten, schon mal den Bereich zu verlassen und das Gespräch mit mir alleine zu suchen. Familienhelferin Mandy Jones hofft, dass sich die Drittklässlerin ihr unter vier Augen anvertrauen wird. Ob Mobbing oder doch die Angst, den Erwartungen des Vaters nicht gerecht zu werden, der Grund ist, die Neunjährige wirkt völlig aufgelöst. Guck mal, sollen wir uns einmal hier ein paar Minuten hinsetzen, bevor wir wieder rausgehen zu den anderen? Ich habe da nämlich mit den Ringen jetzt hier gerade mal eine Idee. Guck mal, wir machen so ein Spiel. Immer wenn du Ja sagst, bekommst du einen Ring. Wenn du Nein sagst, bekomme ich einen Ring. Und wer die meisten Ringe hat, hat gewonnen, okay? Gehst du gerne zur Schule? War das ein Ja? Guck mal, dann bekommst du den ersten Ring. Gehst du auch gerne schwimmen? Ja. Was? Jetzt hast du ja schon zwei Ringe und ich noch gar keinen. Fühlst du dich von deinen Mitschülerinnen irgendwie gehänselt oder geärgert? Eigentlich nicht. Das kam mir gerade so vor wegen den Sprüchen an der Umkleide. Nein. Also ein Nein, bekomme ich einen Ring. Sehr schön. Aber irgendwas bedrückt dich heute, richtig? War das ein Ja? Wolltest du mir schon wieder einen Ring abnehmen? Fühlst du dich in deinem Körper irgendwie unwohl oder hat das mit deinem Körper was zu tun? Nein. Dann kriege ich einen. Jetzt haben wir nur noch einen. Und irgendwie hast du schon gewonnen. Aber es ist irgendwas, was dich total bedrückt, oder? Also du fühlst dich nicht wohl. War das wieder ein Ja? Guck mal. Sehe ich da Tränen? Oder brauchst du ein Taschentuch, Mia? Ja? Guck mal. Ja. Danke. Mama, es ist ja nicht so schlimm, dass man nicht irgendwie drüber reden kann. Möchtest du mir nicht vielleicht erzählen? Oder hast du Angst vor Mama und Papa? Also das kann ich auch klären, wenn das das Problem ist. Dass du mit denen nicht reden möchtest. Können wir machen, du redest mit mir und ich rede mit denen? Das ist ein guter Deal. Na, wie viele Ringe du hast. Ich habe nur zwei. Ist also haushoch geworden. Möchtest du mir erzählen? Was ist denn los? Irgendwie war eben so rote Flecken in meiner Hose. Hey, aber ist doch gar nicht schlimm. Hattet ihr in der Schule schon mal Aufklärungsunterricht? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ein großer Schock für dich ist, aber eigentlich hast du ja nur deine Periode bekommen. Was ja jede Frau irgendwann bekommt. Die eine eher, die andere ein bisschen später. Ich kann mir vorstellen, dass du dich jetzt gerade erschreckt, ne? Wer ist, neun bist? Neun bist du, ne? Für Mia war das natürlich schon ein Schock, mit neun ihre Periode zu bekommen. Zumal sie da auch die Erste scheinbar ist in ihrer Klasse. Das ist natürlich ein sensibles Thema, wo natürlich jetzt die Eltern gefragt sind bei der Aufklärung. Ist alles gut? Hi! Mia, war schön, alles gut? Ja, die Mia hat mich gebeten, dass ich mit Ihnen einmal spreche. Was ist passiert? Und zwar, die Mia hat heute erst einmal ihre Periode bekommen. Bitte was? Nein. Hat sich natürlich ziemlich erschrocken. Genau wie Sie jetzt wahrscheinlich auch, weil mit neun, ja. Meine Tochter ist neun Jahre alt und hat schon ihre Periode. Ich bin noch überfordert als vorhin, als an der Umkleidekabine. Muss das alles jetzt mal sacken lassen. Bin eigentlich froh, dass ich jetzt zwei Frauen dabei habe. Meine Frau, die Mama von ihr und die Fachfrau. Puh! Also ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es so etwas Natürliches ist. Ja. Nicht etwas anderes. Ich wusste ja gar nicht, was mit mir los ist, Schatz. Alles gut. Alles gut. Naja, aber mit neun ist man ja halt irgendwie auch noch ein Kind. Und ist natürlich jetzt auch schwer zu begreifen, was da mit einem passiert. Dass sie das halt auf sensible Art und Weise zu Hause noch mal machen. Ja, ja. Ja, ich denke mal, dass es ja. Natürlich mit den Mitschülern da noch im Nacken. Dass es da nicht irgendwas war. Ja, richtig. Ja, unangenehme Situation. Ich muss schon mal eine kleine, große Frau, oder? Hey. Dann muss ich vor den ganzen Jungs aufpassen, wie du mitbringst. Mama, hast du gekocht? Bitte? Hast du gekocht? Nee, ich bin ja hier. Schatz die Maus. Komm, wir pappen. Okay. Bitte rein. Pommes? Pommes? Ja klar, Mama konnte nicht kochen. Heute gibt es Pommes. Weißt du was? Ich habe auch ein bisschen Pommes. Doppelte Portion. Mach, guck mal. Dann war der Tag gar nicht ganz so doof, oder? Okay, komm. Na komm. Ich bin jetzt mit den Eltern von der Mia so verblieben, dass die jetzt in den nächsten Tagen einen Termin bei einem Frauenarzt vereinbaren und auch Fachliteratur noch mal mit ihr gemeinsam sich anschauen und dass wir dann in den nächsten Tagen noch mal telefonieren und dann können Fragen, die ungeklärt sind, noch gestellt werden. Oder ich wollte halt zumindest auch noch mal hören, wie das alles abgelaufen ist. Nach dem Besuch beim Frauenarzt hat die Neunjährige akzeptiert, dass ihr Körper langsam erwachsen wird. Mittlerweile geht sie wieder regelmäßig mit ihrem Vater zum Schwimmkurs und hat die Prüfung für das silberne Abzeichen mit Bravour bestanden.